hallo meine lieben freunde und willkommen hier wieder bei abetube mit dabei ist mein freien kahn und wir spielen normal jetzt zu weinen also ich muss Da reingehen. Ich werde attackiert. Mein Baby hat gerade gelebt. Ich bin raus. Ich brauche Eisen. Drei... Äh, nein. Doch, ich mache drei Eisen. Martin ist nicht weg. Doch, ich muss nicht weg. Ach so, weil du siehst. Okay, dann mach ich weg. Wie schnell man die Sachen geht. Wie mit den Sachen gehen. Hast du wieder herangebracht? Nein, durch die Kiste. Ach so. Entschuldigung. Okay, Zuckerrohr rein. Willst du den Bogen benutzen? Ja. Okay, nimm den Bogen. Hier drei Eisen für dich. Also, ich bin ja gerade in einem Projekt dran. Ich habe schon mit meinem anderen Freund Elias gespielt. Und... Ich glaube... Das nächste Video mache ich am... Mittwoch. Aber... Kann mir da nicht sicher sein. Okay. Ich komme gleich... Äh... Ich brauche schon... Nee... Du sollst mir ein Schwert oder ein Wacket machen. Ich mache... Schwert. Wie viele Eisen hast du? Drei. Wie schön. Kannst du die drei rausnehmen? Ja. Die werden hier. Unten in der Höhle sind auch noch Eisen. Guck mal die Landschaft hier an. Wie schön die ist. Kommst du? Bitte. Ich habe mir eine Spritzschacke gemacht. Ja, unten habe ich... Ach so, okay, komm. Aber... Das Diamant nehmen wir später. Erstmal müssen wir meine Sachen finden. Pass auf. Gut. Also... Komm mit mir. in Marokka. Ähm... Mein Aufnahmeprogramm ist nicht grad das beste. Aber... So viel Sama. Ich habe jetzt... Ein anderes. Also... Nicht ich, sondern... Sozusagen... Mein Freund... Hat ein anderes. Und ich... Naja... Ah... Du bist in die... Du bist in das andere reingesang, wahr? Ja. Du musst mir nachkommen. Ja. Nein, nein, nein. Lauf da weiter. Jungen. Gibst du mal bezogen. Ja, okay. Aber pass auf. Hier ist extrem viel Arbeit. Jetzt sehen sie schon mal verleihung. Andere Perspektive. Ja, die gucken ja immer von mir, wie ich hier bin. Da ist Jokes. Da ist Jokes. Okay. Dann holen wir ein bisschen Eisen. Achso, okay. Du farmst gerade Eisen? Ja. Okay, pass auf. Hier unten ist ein Loch. Da... Verlihst du Leben. Da müssen wir durch. Später brauche ich mein Wasserpaket. Damit wir... Weitere durchkommen. Okay, ich muss jetzt so eine Kalle machen. Damit die Lava so wegkommt. Ein bisschen. Ja. Ich habe schon Gold gefunden. Ja? Ja. Hier oben ist Opfer. Hier ist ein Skelett. Hier ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Seht. Hilf mir. Ein Prozent. Dein Handy geht vielleicht gleich aus. Dann... Hilf mir. Hier ist ein Auto. Dann ist ein... So. Wie ist das? Bereit! das dauert dann noch ein bisschen denn ich bin gerade so weil ich nicht weiß was für eine konsole ich hole eine playstation 3 oder xbox schreibt in die kommentare stimmt ist das eigentlich das in der nähe von in der nähe von was ich denn jetzt machen werde jetzt vier leute mit und ich weiß nicht ob jetzt noch hier ist auch noch eine spinne und die spinne kommt mein haus und ich werde gestorben schon wieder ich brauche ein wasser was auf jeden fall hast du den ein eisen genommen hier ist ein fenster zwischen uns zwischen den creeper und mir hat sie da auch meine kraft drauf ich habe schon mal gemacht und jetzt fängt es mir auch an zu wie soll ich dann runter kommen und jetzt bei wie vielen bei sieben minuten wird ich denke jetzt bestimmt wieso wieso ich habe gerade so ein hässiger zombie getötet was eigentlich eure lieblings mobs sieht was ist einer das wäre es einer einfach nur wolf meiner ist der enderman naja eigentlich slide warum die sind für süß diese fette fetisch manche sind doch klein eigentlich ja wenn du dich tötest manche sind doch von Anfang an klein gar nicht doch nicht das ist das ist das ist ich glaube ich habe ein lachner gefunden aufwärschwahl und und ja und ich habe es gefunden schieb der ganze und einfach mich und schau mal mein Name ist Einheitshaltschatz und ich habe dich nach geworfen und sie haben dich nach geworfen oh scheiße 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 findet ihr eigentlich dass wir mehr reden sollten oder sollten wir eigentlich mehr reden was denken die zuschauer eigentlich bin ich das nein ich habe hundert irgendwas auf doch nein doch nein doch ich gucke die videos von den an also von den anfängern aber aber alle fangen ja so an und der zombie gestorben wie fühle ich eigentlich mein leben auf also warum fühlt es sich nicht auf und das war unsere nachbarin doch doch also ich habe mich schon bei ha 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 nein ich war es schon gefunden ich habe meine sachen gefunden hoffentlich mal das müssen wir jetzt aufnehmen sehen die tastatur ist fast größer als zellen die weil sie wissen worüber wir lachen also er hat sie hat ja jetzt das handy seiner mutter geholt und ja er hat sich da gerade minecraft drauf geladen und die tastatur also ja wie heißt sie ja also die mutter das geld war größer als Das Spiel. Allgemein. Den zahlst du es gerade? Achso. Hey. Pretty? Yeah. Aber jetzt ist meine Tastatur so perfekt. Mach es doch klein an. Jetzt kommt es das kleinste. Nein. Ich bin von hoch. Ich bin von hoch gesteht. Wie viele Minuten hast du eigentlich? Zehn. Scheiße. Wie viel? Dreizehn. Ist egal. Okay, dreizehn. Dreizehn? Ja. Okay, mach kurz weiter.